Oh, süß! Wie süß! Niedlich! Rhodesian Ridgebacks. Sie sind unbestechlich, kraftvoll und elegant. Aber wenn sie klein sind, vor allem süß. Wie das Knubbeldutzend von Carola Kardau. Die zwölf sind der aktuelle Wurf von der Elli. Elli, komm mal her! Das ist Elli. Elli ist drei Jahre alt und das ist ihr erster Wurf. Und das ist ihre Mutter, die Mara. Mara ist jetzt im neunten Lebensjahr und hat drei Würfe gehabt hier und muss sich jetzt als Oma hier mit an der Erziehung der Welpen beteiligen. Diese noch junge Rasse wurde früher bei der Jagd auf Löwen angesetzt. Der Ridgeback ist ein Spätreiferhund, ein regelrechter Kindskopf, der zwei bis drei Jahre braucht, um erwachsen zu werden. Unsere Hunde sind voll werte Familienmitglieder. Wir haben hier ein 9000 Quadratmeter großes Waldgrundstück. Und die Hunde leben mit uns zusammen und haben einfach genug Platz, um sich zu bewegen. Und dann sind es sehr nette Hunde. Ein bekannter Ridgeback-Züchter und Richter hat mal gesagt, er ist bequem und genusssüchtig. Das macht ihn so menschlich. Ein menschlicher Hund, der tägliche Aufgaben braucht, sowohl körperlich wie auch geistig. Nur so wird der Rhodesian Ridgeback zu einem unbestechlichen, wie kinderfreundlichen Familienmitglied. Die Löwenbändiger aus Südafrika. Felized. Ja. Nein. Nein. ava